so versuchen wir es noch mal einen kriege ich noch von euch jawohl ich kann mein herz scheiße das ist natürlich scheiße dass der jetzt natürlich Hilfe geholt hat ich schau den weg sollen sie hochkommen ruhig es ist es ist Er ist tot. Fick dich doch, ey! Gut, die sind auch tot. Ich muss mich aber jetzt gerade ein bisschen... ... Ablivi! Haben die die Rebellen jetzt wieder geschlagen? Komplett? Scheiße. Hey, was? Ich bring dich um. Das Problem ist natürlich, dass ich immer noch die... Habe ich echt die beiden scheiß Hauptmänner noch oder was? Ernsthaft. Und zwar beide. Oder den einen zumindest. Ja, das ist... Ein. Das Problem ist, das Problem ist, dass ihr jetzt weh irgendwie immer die ganze Zeit alleine seid. So, tschüss. Das ist viel Lackes. Tschüss. 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 so so jetzt haben wir ihn das ist ein anderer typ aber ich bin jetzt erstmal raus aus der nummer ich bin froh dass ich jetzt bei den typen gab ich bin froh dass ich den typen jetzt da und hat also der andere gehört nur zu der feste und der zweite war eigentlich für die quest der 32 ist mir egal habt ihr euch auf die aufgabe geschafft endlich sie waren furchtlos die rebellen taten auch ihren teil tatsächlich bewundern sie dich unsere hilfe werden sie lieben den irren sie waren sie werden nicht zulassen dass ein neues krokodil das bei jungen heim sucht sein volk ist befreit ein guter anfang heute fress jetzt werde deinem namen gerecht er fällt ja öffne ein hotel ja hat dich sofort gemacht weißt du du hast hier immer ein zuhause wenn du es brauchst damit haben wir die quest abgeschlossen der kam für das war jung wieso nicht ganz auf 31 gott sei dank so jetzt habe ich ja nur das muss ich gerade gucken ob ich viel ich noch hab von denen ich glaube es ist aber nur der eine typ noch aber das war den jetzt erstmal oh ja der besuch der für lack ist ist da unten noch mit ja nee alles gut wir verziehen uns hier mal die nächste quest ist diese hier haben wir doch immer eine neben quest lieber mal irgendwie in der nähe habe ich will mal ein bisschen raus dass die nummer hier gerade so ein bisserl diesen 28 3 drüber wie kann man keine reise machen könnte man hier die schnelle reise machen wir könnten sind fremden und dann würde ich sagen geht es dann weiter und dann wollen wir uns theoretisch schauen aber vielleicht sogar den fremden kassieren ich bin mal raus für heute wir sind in der nächsten episode wieder bei let's play assassin squid origins und dann wollen wir uns auf jeden Fall 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 Untertitelung des ZDF, 2020